Shalom Aleichem, liebe Grüße aus Jerusalem. Das ist ein Garten, ein botanischer Garten, wo man verkauft Blumen. Es gibt hier alle Sorten von Menschen, Juden, Araber. Alle Leute sind hier zusammen und das bindet uns alle Menschen, dass alle Blumen Blumen lieben. Und das ist eine wunderbare Sache, die man wirklich genießt und alle Sorten von Gewürzen auch, alles was man will. Koriander, Petrosilie, Dill, alle guten Sachen. Und kommen hier von allen Sorten Menschen, tolle Sachen. Und jeder kann auch sowas bei sich zu Hause pflegen lassen und alles gewachsen in Israel. Es ist unglaublich, wie viele schöne, gute Sachen es gibt hier. Shkoja, bleib alle gesund und genießt von den Blumen. Das bindet uns alle. Farben, Ästhetik. Ich habe auch gesehen, Blumen von Reuven, das er hat gegeben seiner Mama, Jasmin. Also, tolle Sache. Guck mal, wie schön sind die Farben. Guck mal, wie schön sind die Farben.